Musik Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Die Sportlehrer. Heute wollen wir euch einen Fitness-Zirkel vorstellen, den man mit kleinen oder großen Gruppen ohne jeglichen technischen Aufwand ausführen kann. Der Ziegel setzt sich aus sieben verschiedenen Übungen zusammen. Die Belastungsdauer beträgt dabei 30 Sekunden. Wir haben zwischen den einzelnen Übungen eine Minute Pause. Wir trainieren dadurch die Kraft, die Ausdauer, die Schnellkraft und natürlich auch das Durchhaltevermögen innerhalb dieser 30 Sekunden Belastungsdauer. Wir gehen jetzt in den Trainingsraum. Ich zeige euch die Übungen. Danach habt ihr die Möglichkeit, die Übungen für euch zu verinnerlichen und dann werden wir gemeinsam noch einmal das Programm in Gänze durchführen. Dann umziehen und bis gleich. In der ersten Übung handelt es sich um den sogenannten Two-Step-Run. Ich mache die Übungen von vorne und von der Seite vor, dass man gut sehen kann, was es hier mit der Übung ist. Ich mache die Übung. Nächste Übung sind die Crunches. Es ist natürlich besser, wenn man einen Partner hat, der einem die Füße am Boden festhält, aber beim Hochgehen meistens die Beine und etwas zu viel Schwung dazu geht. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Boxer hingelegt, werde die Beine unten drunter legen, die Füße einklemmen und dadurch natürlich etwas mehr im Oberkörper arbeiten können. Kommen wir zu den Switch-Things. Ich finde die Übung sind klassische Wegeschlütze. Die Übung sind die Squads. Hier müssen wir aufpassen, dass wir die Knie nicht über die Zehenspitzen rausraten lassen und dass wir dann runtergehen auf einen geraden unteren Rücken ab. Ich würde auch hier an der Stelle die Geschwindigkeit etwas reduzieren am Anfang, bis man die Übung wirklich so drauf hat, dass man sein Preisbeständnis machen kann, ohne die Bewege irgendwie zu verändern, ohne es falsch auszunehmen. Die nächsten Übung sind die sogenannten In-and-Out-Jobs. Wir müssen dabei achten, dass wir eine gute Körperspannung haben, dass wir im unteren Rückenbereich nicht durchhängen bei der Übung. Die letzte Übung ist ein sogenannter Drill. Wir beginnen im Start, wir geben uns in Liegestützpositionen, machen vier Liegestütze und acht Sprintläufe auf der Stelle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir kommen nach vorne, stehen auf, strecken uns in unsere vier Liegestütze und müssen das Ganze wiederholen. Wir kommen nach vorne, und werden wir da schnell auf, dass wir uns in der Übung haben, dass wir bis zum Ende der Übung sind, dass wir uns in der Übung haben, dass wir das Ganze wiederholen. nicht mit maximaler Intensität ausfüllen, sondern nur noch ein bisschen Luft haben nach oben. Es geht jetzt in erster Linie wirklich um das saubere Ausfüllen der Bewegung, nicht langsam, aber auch nicht zu schnell. Darf ich sagen, klappen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Switch Kicks. Switch Kicks. Switch Kicks. Hobsack. Nach legeschönes Push-ups. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Pause, nächste Übung, Squats Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In-and-out Chops Untertitelung des ZDF, 2020 In-and-out Chops Untertitelung des ZDF, 2020 In-and-out Chops In-and-out Chops In-and-out Chops In-and-out Chops Gut, soviel zum Richtung Circuit-Training mit den ZDF, 2020 In-and-out Chops In-and-out Chops In-and-out Chops In-and-out Chops In-and Chops In-and Chops In-and Chops In-and Chops